so guten morgen wir wollen uns heute noch einmal kurz mit raum und zeit beschäftigen als kleine reprise der dinge die wir in den letzten videos schon gesehen haben vielleicht auch noch ein bisschen das eine oder andere detail ergänzen was wir da noch ausgelassen hatten und auf jeden fall noch mal zusammenfassen was wir da als wesentliches mitnehmen sollten mein name ist marcus krutsch willkommen zurück zu diesen videos in der reihe theoretische informatik und logik hier an der tu dresden ein kleiner rückblick wir hatten einige komplexitätsklassen definiert ich hatte argumentiert robustheit ist besonders wichtig beim definieren solcher klassen damit man einschätzungen treffen kann die nicht von allzu vielen details abhängig sind wichtig waren für uns zwei verschiedene ressourcen dabei nämlich die rechenzeit die anzahl der schritte die man braucht um ein problem zu lösen und der speicher den man benötigt also der raum der platz den diese berechnung benötigt als wichtigste deterministische zeitklassen haben wir p auch p time genannt und x auch x time genannt kennengenannt also polnomelle exponentielle zeit und als wichtigste speicher klassen log space logarithmischer speicher und p space der polnomelle speicher das waren die vier klassen die wir bisher gesehen hatten es werden noch einige folgen in den videos nach diesem wir hatten jetzt gelernt dass es so ist dass diese robustheit von der sprache tatsächlich hier erreicht wird das heißt dass viele kleinere unterschiede uns nicht aus der klasse herausführen in der wir uns gerade befinden und ein grund dafür war das sogenannte linear speed up theorem also das heißt der satz der besagt dass konstante faktoren also konstanten mit denen ich die zeit die ich benötige in dem fall multipliziere keinen einfluss darauf haben welche probleme eine beschränkte mehr band touring maschine lösen kann sofern ich zumindest lineare zeit erlauben ja also weniger als lineare zeit würde nicht viel sinn ergeben denn allein um diesen trick anzuwenden den wir genutzt haben für das linear speed up theorem nämlich in dem wir mussten ja die codierung des bandes ändern und alle und viele zeichen in ein einziges eine einzige speicherstelle auf dem band übertragen und um das allein durchzuführen brauchen wir linear viel zeit also das heißt mit weniger als linear zeit kommen wir nicht aus und das wäre aber auch schwierig über solche kleinen klassen nachzudenken also das steht hier auch noch mal auf der folie wenn nicht wenigstens linear zeit zur verfügung steht dann kann die turing maschine ja nicht einmal die eingabe lesen das heißt für eine solche turing maschine wie wir sie bisher benutzt haben würde das auch nicht viel sinn ergibt man kann schon dinge machen mit unter linearer zeit da muss man dann aber andere rechenmodelle verwenden zum beispiel parallel rechen modelle die sich teilen können und dann verschiedene prozesse an verschiedenen stellen des inputs abarbeiten dass das geht vielleicht noch okay das also linear speed up theorem was uns sagt konstante faktoren ändern die ausdrucksstärke von zeit beschränkten turing maschinen im wesentlichen nicht sofern wir mehrere bänder andererseits wissen wir auch dass die anzahl der bänder selbst gar keinen so besonders großen einfluss hat also aus technischen gründen haben wir hier zwei bänder benötigt damit wir direkt vom einband in das andere transkodieren konnten ohne viel zeitaufwand dafür zu verwenden man kann aber auch die anzahl der bänder reduzieren und alles mit einem band schaffen das hat allerdings zumindest einen quadratischen einfluss auf das auf das auf das zeitverhalten ja man muss für jeden einzelnen schritt den eine mehrband touring maschine machen würde muss man zwischen den verschiedenen band bereichen in denen die verschiedenen bänder dann auf einem band kodiert sind hin und her laufen bis man alles zusammen gesammelt hat und alle veränderungen dann entsprechend implementiert dadurch braucht man für einen schritt eventuell schon linear viele übergänge und wenn man also linear viele schritte macht und jeweils linear viele übergänge braucht hat man einen quadratischen aufwand betrieben deshalb kommt da dieser quadratische overhead zustand abgesehen davon ist es aber dennoch polynomiell ja und in dem sinne auch noch eine recht kleine änderung an dem tatsächlichen zeitverhalten also eine die man durchaus tolerieren kann zumindest in unseren klassen okay das also kann man über zeitklassen sagen über speicherklassen hatte ich diese dinge noch nicht näher gesagt aber es stellt sich heraus dass ähnliche zusammenhänge gelten zum einen nämlich ist es tatsächlich so dass konstante faktoren keinen einfluss auf die probleme haben die eine speicher beschränkte touring maschine lösen kann das ist im prinzip linear speedup theorem aber für speicherstellen und hier steht nur beweis ähnlich zu linear speedup aber viel einfacher warum ist das einfacher naja die idee von linear speedup war ja dass man mehrere speicherstellen in eine packt damit man dann mit einem schritt gleich viele dinge auf einmal tun kann alles was in der einen speicherstelle kodiert ist kann ich auf einmal verarbeiten dadurch habe ich zeit gewonnen aber natürlich habe ich wo ich überhaupt diesen trick mit den sechs mal m schritten durchführe den wir da hatten da habe ich natürlich schon sofort speicher gewonnen einfach nur durch diese kodierung das heißt also auch mit noch weniger aufwand kann man also eine art lineare speicherreduktion erreichen einfach indem man das andere alphabet vergrößert das ist ziemlich die mich direkt ja okay also das funktioniert robuste speicherreduktion durch erhöhen des band alphabets auch hier sehen wir natürlich in der praxis werden wir dadurch nicht den arbeitsspeicher den ein programm hat beliebig verkleinern können denn natürlich ist die informationsmenge die letztlich auf dem band gespeichert ist immer die gleiche auch wenn wir mit einem größeren band alphabet weniger band stellen beschreiben haben wir natürlich immer noch die gleichen dinge kodiert mehr oder weniger so dass wir hier keine echte reduktion bekommen und schon gar nicht wenn wir auf einem maschinenmodell arbeiten der wo alles binär kodiert wird und und an sich also schon vorgegeben ist wie das im speicher wirklich aussieht okay zweite beobachtung auch das ist analog zu den zeitklassen die anzahl der bände hat keinen einfluss auf die probleme die eine speicher beschränkte touring maschine lösen kann das ist interessant das ist noch das ist noch stärker als das was wir für zeit sagen konnten bei zeit haben wir ja gesagt die anzahl der bände hat nur einen polynomiellen einfluss hier können wir was stärkeres sagen wir können sagen die anzahl der bände hat überhaupt keinen einfluss auf die probleme die man lösen kann wieso ist das so naja auch hier machen wir das gleiche wie im fall der zeit beschränkungen das heißt wir können mehrere bänder in ein band reduzieren wenn wir einfach die band inhalte hintereinander schreiben dabei müssen wir natürlich kodieren wo auf jedem band der lese schreibkopf ist und so weiter also diese details bleiben behalten und dann schreiben wir einfach die bänder hintereinander das heißt statt einem bestimmten speicherbereich in sag ich mal also bestimmte anzahl anzahlen speicherzellen n auf allen k bändern zu belegen haben wir dann einfach k mal n viel speicher auf dem einen band belegt indem wir einfach die inhalte hintereinander schreiben aber k die anzahl der bänder ist in dem fall ja einfach nur ein faktor ja die anzahl der bänder der maschine ist ja vorher fest vorgegeben ist also ein linearer faktor ein konstanter faktor und wir wissen ja bereits dass konstante faktoren keinen einfluss haben dass wir die durch kompression reduzieren können das heißt wir können hier zunächst reduzieren und anschließend den speicher durch mit 1 durch k wieder reduzieren so dass also man am ende eine einband touring maschine mit genau dem gleichen mit der gleichen speicher beschränkung hat wie die mehrband touring maschine die zusätzliche zeit die wir brauchen um zwischen den verschiedenen kopien der bänder hin und her zu laufen die stört uns hier nicht und weil wir die nicht zählen wir zählen ja nur den speicher also man sieht speicher ist dann noch ein bisschen eleganter da hat man nicht so viele details zu berücksichtigen wie jetzt bei zeit okay also auch das sehr gut speicher klassen sind robust und dann hatte ich ihnen beim letzten mal am ende ja schon ein bisschen über die beziehungen zwischen zeit und raum gesagt also die frage aufgeworfen wenn wir eine speicher beschränkung haben was können wir dann über die zeit beschränkung sagen und umgekehrt was können wir aus einer zeit beschränkung zum thema speicher beschränkung ableiten und das möchte ich jetzt noch mal auf den letzten beiden folien ein bisschen detaillierter bringen damit sie es noch mal aufgeschrieben auch gesehen haben und nicht nur so rein mündlich vernommen dabei ist die erste beziehung sehr einfacher die hatte ich ihnen auch schon so genannt die zeit beschränkt den raum also das bedeutet wer nur beschränkt viel berechnungszeit zur verfügung hat der kann auch nur beschränkt viel speicher nutzen denn man braucht eben zeit um speicher zu beschreiben und dadurch gilt satz für jede beliebige funktion f wieder von natürlichen zahlen in reellen gilt das was man mit die sprachen die man in deterministischer zeit mit der beschränkung f erkennen kann also in of deterministischer zeit müsste man sagen sind vollständig oder sind enthalten in den sprachen die man in deterministisch in beschränktem raum mit dieser beschränkung auf den raum of wieder erkennen kann und das gilt schon auf dieser fein granularen ebene ja sie erinnern sich für die definition von komplexitätsklassen haben wir diese einzelklassen die time von einer bestimmten funktion oder die space von einer bestimmten funktion noch in großen vereinigungen zusammengeführt so dass wir alle polynomiellen beschränkungen zum beispiel in eine klasse geworfen haben damit das groß genug und robust genug wurde aber dieser satz der gilt schon für einzeln auf der einzelne ebene an jedem einzelnen f können wir diese beziehung feststellen eben aufgrund der tatsache die ich ihnen schon genannt habe man braucht einen schritt um einen speicher zu beschränken schreiben das heißt was man in dieser beschränkung zeitlich an speichern nutzt ist auf jeden fall nicht mehr als das was diese speicher beschränkung einmal laufen wird okay das heißt die algorithmen sind auch genau die gleichen ja jeder algorithmus der zeit beschränkt ist in dieser zeit ist auch gleichzeitig speicher beschränkt in diesem speicher also das heißt wir zeigen nicht nur dass die sprache wenn sie in der einen klasse ist auch in der anderen klasse liegt sondern wir sagen sogar sie wird durch den gleichen algorithmus in beiden klassen repräsentiert sozusagen okay gut daraus folgen dinge zum beispiel folgt daraus dass polynomielle zeit in polynomie im speicher enthalten ist das ist eine anwendung auf eine große vereinigung dieser dinge aller polynomie jeweils für zeit und für weichern okay zweite wichtige beziehung von zeit und raum die ist ein kleines bisschen komplizierter aber nicht sehr das ist wenn wir überlegen was benötigen wir für welche zeit benötigen wir um eine bestimmte raumklasse aufzunehmen da benötigen wir etwas mehr nach allem was wir wissen speicher ist mächtiger als zeit da man speicher mehrfach verwenden kann zeit leider leider nicht ja das heißt wir haben die situation wie folgt satz für jede beliebige funktion f gilt der deterministische etwas was deterministisch speicher beschränkt in f erkannt werden kann kann auch deterministisch zeit zeitbeschränkt in 2 hoch of erkannt werden muss vielleicht was sagen was meine ich hier mit dem 2 hoch of das ist ein bisschen eine informelle notation ja normalerweise hatten wir das o ja um die funktionen geschrieben das ist also hier eine exponential funktion bei der im exponenten eine funktion steht die in of liegt das macht man manchmal so diese verallgemeinernde notationen oder verwendungen von solchen notationen okay das heißt also mit anderen worten ich brauche exponentiell viel zeit im schlimmsten fall um den um alles zu tun was ich mit so was ich in diesem speicherbereich tun könnte das kann man auch sich überlegen wieso das so ist das habe ich hier kurz ausgerechnet ja also wenn sie eine eingabe haben w die eine länge n hat dann gibt es eine bestimmte anzahl an speicher belegungen auf dieser länge und die ist ja ausgerechnet das ist die größe des band alphabets gamma hoch f von n ja also wenn ich f von n viel speicher benutzen dafür für diese funktion f dann habe ich also so viele mögliche band inhalte einfach indem ich jede kombination von bandsymbolen auf dieser länge zu lassen und das kann ich jetzt schreiben als zweier potenz da das ja so in der form 2 hoch hier dargestellt ist indem ich einfach noch den logarithmus dualis der größe von gamma hier mit in den exponenten erhebe das ist ganz einfache arithmetische umformung mal f n ja also das gleiche nur mit einer zur basis 2 aufgeschrieben okay das ist also die menge der speicher belegungen das ist noch nicht ganz die anzahl der konfigurationen ich habe natürlich f n mögliche kopf positionen und ich habe q verschiedene zustände das heißt auch ich kann für jede mögliche speicher belegung in jeder position mit jedem zustand mich befinden im schlimmsten fall das ist also die obere abschätzung der möglichen konfigurationen das heißt also insgesamt habe ich q mal f n band positionen mal 2 hoch diesem term viele speicher inhalte viele konfigurationen und das ist eine kompliziertere funktion aber sie ist in u2 hoch uf ja also irgendwie hier im exponenten steht wieder eine funktion die im wesentlichen von f dominiert wird dieses ist nur ein konstanter faktor hier okay das ist die anzahl der konfigurationen und wir sehen schon das ist jetzt im ausdruck her ziemlich ähnlich zu dem was hier auf der rechten seite steht wir können jetzt noch überlegen ja wie wieso können wir jetzt in dieser zeit abhängig von oder propositional zu der zeit die die konfigurationen in ihrer anzahl bestimmen können wir dieses problem lösen wieso sollte das gehen wie sieht der algorithmus aus und der algorithmus den skizziere ich hier nur ist im prinzip der wir würden jetzt für die gegebene funktion und die gegebene eingabe einen konfigurationsgrafen berechnen der also alle denkbaren konfigurationen enthält und die übergänge zwischen denen darstellt also das heißt wenn eine touring maschine einer konfiguration ist welche würde sie dann als nächstes ansteuern das ist für in dem fall deterministisch ist also bloß eine neue konfiguration da würden wir also entsprechende verbindungen im grafen einbauen und bezüglich dieser größe der anzahl der konfiguration ist das aufbauen des konfigurationsgrafen dann etwas was polynomiell machbar ist also ich muss lediglich für jede jedes paar an konfigurationen eine entsprechende kante in dem grafen haben oder eben nicht und das kann ich gleich testen indem ich die touring maschinendefinition analysiere ob da ein übergang stattfinden soll auf diese art erhalte ich also einen großen grafen der alle konfigurationen die überhaupt denkbar sind enthält manche davon werden vielleicht nie erreicht und alle übergänge zwischen denen und wenn ich jetzt herausfinden will ob die eingabe akzeptiert wird muss ich lediglich schauen ob in diesem grafen von der stadt konfiguration ausgehend ein fahrt existiert ein berechnungspfad sozusagen der mich zu einer akzeptierenden n konfiguration führt das heißt ich kann vom graf ablesen ob der input akzeptiert wird und damit habe ich das problem gelöst ja und damit habe ich das wort problem entschieden und das ist in diesem in dieser abschätzung o von 2 hoch of und das kann ich so schreiben für detail weil das o ist da immer implizit hatten wir gesagt in unserer definition ok das ist alles schon alles und sie sehen in diesem fall ist es nicht der gleiche algorithmus den ich verwende ja ich habe irgendeinen algorithmus für diesen raum und diesen algorithmus analysiere ich baue aus ihm ein konfigurationsgraf und analysiere den dann im speicher das ist also eigentlich ein anderer algorithmus der das macht und auf diese art habe ich diese inklusion gezeigt ok damit haben wir die wesentlichen beziehungen zwischen zeit und raum noch mal ein bisschen gefestigt als nächstes werde ich im nächsten video mit ihnen nicht deterministische komplexitäts klassen besprechen die sind natürlich auch von großer bedeutung ja np die wichtige große klasse und wir werden aber auch da sehen dass vieles von dem was wir jetzt für deterministische gemacht haben dort auch analog sich durchführen lässt also gerade so die idee wie zeit und raum in bezug stehen zum beispiel die lässt sich beim nicht deterministischen genauso oder so ähnlich auch wieder nutzen das werden wir dann sehen bis dahin tschüss und auf wiedersehen bis dahin tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020